Hey Mamas und Papas, in diesem Video schauen wir uns die aktuell besten Zwillingskinderwagen an, welche es derzeit zu kaufen gibt. Also bleibt dran! Die Auswahl der in diesem Video ausgewählten Produkte basiert auf meiner subjektiven Meinung als verantwortungsvolles Elternteil nach langer Recherche in dieser Thematik. Und diese möchte ich mit euch teilen. Um alle Produkte möglichst gut vergleichen zu können, habe ich für diesen Vergleich folgende Kriterien berücksichtigt. Einmal natürlich den Preis, die entsprechenden Vorteile und möglichen Schwächen, sowie bereits abgegebene Kundenmeinungen anderer Eltern. Die aktuellen reduzierten Preise und Verfügbarkeiten habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Alles klar? Dann lasst uns mit dem Video beginnen! Fangen wir an mit der sicheren Wahl, dem Hawk Roadster Duo SLX Zwillingskinderwagen. Dieser Zwillingskinderwagen ist meiner Meinung nach für alle Eltern eine ziemlich sichere Wahl, denn er kann bereits sowohl für neugeborene Babys als auch für Kleinkinder genutzt werden. So schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Babys, welche noch nicht aufrecht sitzen können bzw. sollen, können ganz bequem in ihrem Babykörbchen in der Liegeposition schlafen. Sobald eines der Babys groß genug ist, kann es dann völlig unproblematisch mit dem Fünfpunktgurt befestigt werden und bequem sitzen. Die Rückenlehnen lassen sich unabhängig voneinander bis in die Liegeposition bringen und die Fußstützen nach oben verstellen. Besonders gefällt mir, dass jeder Platz völlig unabhängig vom anderen ist. Dies fängt bei der Rückenlehne an und endet bei den großen Sonnenverdecken, welche separat nach vorne gezogen werden können. Zwillingskinderwagen haben den Nachteil, dass sie oft sehr sperrig und zu breit sind. Doch dieses Modell wurde so konzipiert, dass er mit seinen 76 cm in der Breite durch jede Tür passt. Der Roadster Duo SLX lässt sich mit nur einer Hand schnell zusammenklappen und auch im Handumdrehen schnell wieder aufstellen. Beim Fahren fängt eine Federung Unebenheiten spielend sanft ab. So ist man auch für Stadt- und Feldwege gut vorbereitet. In den großen Einkaufskörben unter den Sitzflächen können allerlei Babyutensilien oder Spielsachen kinderleicht verstaut werden und sind schnell griffbereit. Einzig das Herankommen an die Körbe erweist sich als problematisch, wenn die Kindersitze beide in die Liegeposition gestellt sind. Doch wenn man damit leben kann, ist dieser Zwillingskinderwagen ein wahrer Segen. Die stärksten Vorteile meiner Meinung nach sind die nebeneinander platzierten Sitz- bzw. Liegeflächen, die schmale Breite von 76 cm, welche den ganzen Wagen sehr agil macht, sowie natürlich allein die Möglichkeit, dass dieser für Neugeborene sowie Kleinkinder geeignet ist und man somit sich weitere Kosten spart und für beides gewappnet ist. Mit starken 4,1 von 5 möglichen Sternen sucht dieser Kandidat seinesgleichen. Alle weiteren Informationen zu dieser sicheren Wahl habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Das zweite Produkt in dieser Reihe taufen wir stolz, den Bestseller. Hinter ihm verbirgt sich ebenfalls ein Zwillingskinderwagen aus dem Hause Haug. Hier hat der Hersteller einen komplett neuen Ansatz bei der Konstruktion angewandt. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf Flexibilität. Beide Kindersitze sind so angeordnet, dass die Kinder auf zwei Ebenen Platz finden. Der obere Sitz kann dabei in beide Richtungen befestigt werden. Also einmal mit Blick nach vorne auf die Straße, um die Welt zu erkunden, und einmal mit Blick auf Mutter oder Vater, welcher den Wagen schiebt und das Kind somit beruhigen kann. Außerdem kann der obere Sitz in Sekundenschnelle zur Babywanne umgebaut werden. Der untere Sitz ist ab ca. 6 Monaten geeignet und kann abgenommen werden. Sind Eltern also mit nur einem Kind unterwegs, kann der Geschwistersitz mit wenigen Handgriffen komplett entfernt und der gesamte Kinderwagen somit zu einem einzelnen Sportwagen umfunktioniert werden. Der Radschutz an den Hinterrädern verhindert, dass das Kind in die Speichen greifen kann. Dank dem leichten Aluminiumgestell und Schwenk- und feststellbaren Vorderrädern, großen Hinterrädern mit Radschutz und Federung, lässt sich der Zwillingswagen leicht schieben. Dieser Bestseller erfüllt, selbstverständlich wie alle in dieser Reihe, die EU-Sicherheitsstandards. Mit guten 4,2 von 5 möglichen Sternen sieht man direkt, warum dieses Exemplar ein Bestseller ist. Alle weiteren Informationen zu diesem Bestseller findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Mit deutlich über 100 Euro günstiger kommt man mit dem Haug Freerider weg, den wir den Preis-Leistungssieger getauft haben. Dieser Zwillingskinderwagen bedient sich ebenfalls der Architektur, dass ein Kind tiefer und ein Kind höher gestellt Platz nehmen kann. Somit können auch hier ein Neugeborenes und ein Kleinkind oder zwei Kleinkinder Platz nehmen. Wer zwei neugeborene Babys hat, für den ist dieser Zwillingswagen leider nicht geeignet. Denjenigen empfehlen wir unsere sichere Wahl, welche als erstes vorgestellt wurde. Der Freerider ist mit seinen großen Rädern für alle Outdoor-Aktivitäten geeignet. Das Vorderrad lässt sich um 360 Grad drehen und bei Bedarf auch fixieren. Bestenschutz vor Sonne, Wind und Regen bietet das verlängerbare Verdeck mit seitlichen Sichtfenstern. Es ist abnehmbar und überspannt beide Kinder und hält sie warm und trocken. Wenn der hintere Teil des Verdecks nicht benötigt wird, kann man ihn per Verschluss ganz leicht abnehmen. Die Stärken des Freeriders sind somit Kompakte Bauweise, denn zusammengefaltet lässt sich der Geschwister-Buggy auch in kleinen Autos verstauen. Das große, durchsichtige Regenverdeck für die Kinder. Sowie das 360 Grad drehbare Vorderrad, welches sich auch fixieren lässt. Mit stolzen 4,2 von 5 möglichen Sternen kann man hier wenig falsch machen zu diesem Preis. Alle weiteren Informationen zu dem Preis-Leistungssieger habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Das Allround-Paket unter den Zwillingskinderwagen gibt es von Dorjan. Diesen nennen wir stolz den Alleskönner. Der Alleskönner lässt keinen Wunsch offen. Mit über 700 Euro ist dieser Zwillingskinderwagen zwar kein günstiges Exemplar, aber wie sagt man so schön? Qualität hat oft seinen Preis. Allerdings bekommt man bei dem Dorjan auch viel für sein Geld geboten. Die beliebte Position, in der beide Kinder nebeneinander sitzen, sowie neugeborene Babys liegen können, ist hier selbstverständlich. Im Lieferumfang beinhaltet sind zudem noch eine Wickeltasche, eine Wickelmatratze, Insekten sowie auch Regenschutz. Das solide Aluminiumgestell kommt mit einem großen und geräumigen Gepäckkorb, welcher Platz für alle Einkäufe bietet und absolut praktisch ist. Die Textilien sind nach Ökotex-Standards zertifiziert. Die großen 360-Grad-Dreh- und feststellbaren Räder machen den Kinderwagen besonders wendig im Alltag. Wie bereits gesagt, dieser Zwillingskinderwagen ist ein echter Alleskönner. Mithilfe eines Adapters können sogar Kindersitze der großen Markenhersteller wie Maxi-Cosi, Cybex, Kiddy und BeSafe befestigt werden. Die robusten Schaumreifen gleiten nur so über den Asphalt und garantieren einen ruhigen, ungestörten Schlaf. Wer das nötige Kleingeld über hat, wird damit sicher glücklich. Allen anderen empfehlen wir eher, eins der günstigeren Modelle zu nehmen. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Preis findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du würdest mir enorm helfen, indem du diesem Video einen Daumen nach oben geben würdest. Welcher ist dein persönlicher Favorit? Unter allen Antworten verlosen wir einen 50 Euro Amazon-Gutschein. Darüber hinaus findest du ganz unten in der Beschreibung einen Link zu den aktuellsten Amazon-Rabatt-Gutscheinen. Es lohnt sich! Wir wünschen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal!